Einleitung Anja, mit dem scharfen Verstand einer erfahrenen Geschäftsführerin, und René-Marie, die mit frischem Elan und innovativen Ideen aus der Hochschule kam, sind die Protagonistinnen dieser Sammlung. Sie repräsentieren die Seele und das Herz der Kapitalanlagegesellschaft eine Welt, in der die Kaffeepause genauso wichtig ist wie die letzte Marktbewegung, wo ein verlorener Taschenrechner Anlass für eine Bürolegende bietet und wo Kuchen nicht nur den Magen, sondern auch die Moral füllt. Teil 1 nimmt uns mit auf den Weg des Kaffee-Dufts und zeigt, wie die kleinen Rituale den Ton für den Erfolg und die Stimmung des Teams setzen. Die Geschichten reichen von spontanen Brainstormings über die alltäglichen Herausforderungen der Büroorganisation bis hin zu den Humorwollen-Momenten, die jeder Tag mit sich bringt. In Teil 2 wenden wir uns den ernsteren Aspekten des Kapitalanlagengeschäfts zu, jedoch ohne den Humor zu verlieren. Hier werden die Zahlen lebendig, Zinsberechnungen werden zu magischen Formeln und die tägliche Interaktion mit Kunden wird zur Bühne menschlicher Komödie und dramatisch. Teil 3 eröffnet die Tür zu den Pausenräumen und Projektbesprechungen, wo oft die wahren Entscheidungen fallen. Hier wird gelacht, debattiert, manchmal auch gestritten, aber immer mit dem Ziel, als Team stärker hervorzugehen. In Teil 4 erfahren wir, wie das Team mit Krisen umgeht, wie Kreativität in der Kaffeepause entsteht und wie Kuchen und Kalkulationen eine überraschende Symbiose eingehen. Die Geschichten zeichnen ein Bild eines Arbeitsumfeldes, das geprägt ist von Menschlichkeit und der Bereitschaft, auch in stressigen Zeiten zusammenzustehen. Dieses Buch ist eine Einladung, zu lachen, zu lernen und sich in den Geschichten von Anja und René-Marie wiederzufinden. Es zeigt, dass die wahre Kunst des Kapitalanlagengeschäfts nicht nur im Umgang mit Geld, sondern auch mit Menschen liegt.